das war doch sehr gut Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen zu einem neuen Special bei NL Play heute geschehen Alter Alter genau wir machen eine kleine Teamflucht Zeitlimit 6 Minuten 3 Sekunden 12 Kilometer mit Niklas der Europäer Prozent die ich glaube ja ich bin voll guter Dinge ich habe eine neue Gitarre und ihr könnt mich mal am Arsch decken ist entgeilt ich mag euch nicht ja das sind nur so lange nicht und dummer Affe weil ich da so ein Ding das hatte so ein kompletter Skill-Mod da ist das irgendwie mit 50% oder so als Maul die Net-Ossi also ich muss sagen der Beschleunigung ist der Lexus noch kurz als der Boxer ne alter machen wir ein bisschen langsamer da vorne aber cool ich sehe dich ja mal wieder bei der letzten Aufnahme habe ich konnte nämlich nicht mehr gesehen das ist ja wohl die Abkürzung ja ich habe du hast keine Abkürzung genommen ja so ja eine Verlängerung oder und sowas ja normale Strecke würde ich sagen ob du dumm man warum willst du das Ding runter wenn wir noch nicht durch sind ich zauge und nicht sowas lasst uns über irgendein Thema reden wow scheiße wow ist hier denn los ja hier ist ein Unfall lass uns ja die Klaas hast du das Thema FIFA-WM ey Deutschland ist im Viertelfinale wuhu eeeh eeeh habt natürlich auch alle Spiele gesehen oder? klar komm warte komm mir vor ne Klaas kommst du auch zum zu unserem Klaa Private Viewing Konrad Alter du weißt du wie scheiße das klingt und allein die Tatsache dass du es dann auch bei Facebook postest Oka so was drauf ja wie soll ich denn mit den meisten hab ich anders keinen Kontakt anrufen SMS schreiben eeeh eeeh sind alle herzlich eingeladen ja Brief schreiben Müsst du nicht mal schreien sein Och was ist denn das hier zur Hütte Mann ja könnt mich mal ihr dummen Affen Armin genau da warum stehen die alle die dummen oh also ich bin übelst rot die wir sind gerade ja bin ich auch gerade immer noch aber ich bin durchgekommen ja ich auch blöder Rino ist auch noch mehr vorbejagd hey Rino Rino Mann wieso stehen immer diese komischen Privatkarren um die Nerven vielleicht Privatkarren? Naja die 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 normalen Straßenwagen stark was irgendwer oh danke Bruder irgendwer hat grad ähm Niklas ja Niklas du hast grad voll die Straßensperre zerbrummert ein Rino entdeckt ja auch ja auch ich hab mir erwischt uuuhh noch ein Rino ein Rino C-Rosso oh halt woops Allah schön geführt nein ne klasse schön ist lediglich zack ja nicht schön ist lediglich Let's Star dabei kommt noch oh 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 ist auch voll rein ne ja wir sollten noch vorbei aber hast du ja ja unser Lexus Racer hier edle Lexus Lex Lexus Lexus ja leider nein leider geil wow wow boah alter grade sind durchgekommen durch die Straßen was hast du noch da lang und hast dich Abkürzung ja hab ich mich ganz erwischt ah ja komm wow wow wir haben Team Katapult benutzt wir haben Team Katapult benutzt ich ok wow wow äh warum hab ich jetzt nur nein boah weggerammt den scheiß Rino 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 oh oh Rino 내�o ich glaub so äh links durch nein rechts rechts ist besser oh Tiny Highway Patrol schön u Jagd Zeitabsperrungen drüber gesprungen. Das war cool. Oh nein! Was ist das denn für... Nee, so hast du ein Nagelwand erwischt? Nee, Rino. Front hat mich geknallt. Oh. Ach, du fährst hinter mir, ne? Äh, ne, Klaas fährt auf der anderen Seite. Ja. Irgendwie fahren die Rinos alle an mir vorbei. So cool. Warte, das war ein Bild. Das war ein Bild. Ja, ne, wir haben noch zwei Minuten. Nein, äh, 1 Minuten. Ja, das war zwei Minuten, mein Freund. Jetzt sind es auch nur 40. 41? Erzähle doch kein Stuss, mein Junge! Mal Junge? Ja, wer ist direkt hinter mir? Niklas. Oh. Warte mal auf euch. Ihr müsst links vorbei. Oh. Oh, fuck. Eikonor, du drängelst dich aber jetzt nicht vor. Äh, ist vorbei. Ja, scheiß. Oh, was denn hier los ist? Haha, geil! Der eine Bulle ist in den Rino rein gefahren. Ja, aber auf einmal wieder ausreizt. Wow. Wir hatten ausgemacht noch 10 Minuten. Das war unser kleines Special von M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.,M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. bis die nächsten möchte ich doch noch abschieben erneutig